Warte mal, ich müh mich mal eben ganz kurz im TS, ja, ich müh mich nicht im TS, aber im Discord bleibt nicht, ich müh mich mal ganz kurz. Aber irgendwann wird das so sein, dass ich die Heirate darum. Und, äh, außer es kann mir irgendwas zerstöten, nee, meine Freunde, ich bin ringlos. Darum. Aber irgendwann passiert das. Ich hab gesagt, der Hater-Zeit hat sieben Jahre lang geschlafen, sechs Jahre müssen wir also noch aushalten, dann kann ich heiraten. Darum. Süß. Und wahnsinnig. Sie ist halt nur halt durch und durch wie ich, das ist so super cool, man. Vielleicht sogar noch an bestimmten Punkten noch schlimmer als ich. Aber okay, so, entmute ich mich mal wieder. So, verlaß. Ah, also. Jetzt ist es eher einfach AFK gegangen. Shiny. Was ist denn los mit den Weibats? So, jetzt ist es nur das blöder Ding fangen. Das stimmt nicht, halt auf den Grund, weil er nicht schreiben kann, wenn er Pizza isst. Hm, eigentlich wäre es ein, ich hab keine Poké-Bälle. Ein Level-Ball wäre auch ganz cool. Watt, sieben Sekunden Verzögerung. Shiny, I know it. Fahmst du immer noch Shinys? Ja klar. Ich hab das nächste. Easy. Crit. Ah, nice. Ja, Mabuda ist bei mir. 98 im Counter. 98? 98. Natürlich, das ging fix. Du hast davor ging auch schneller, 55. Oha. Ja, ich mach ja auch eine andere Methode. Ich hab damals ein Shiny Garados gefunden. Ja, auch so, in Pokémon Silber, ne? Und ein Shiny Rattfratz. Oh, hä? Wo gab's das denn? Einfach nur Standard oder was? Einfach nur random?